Ja, und damit herzlich willkommen zu Furious Let's Plays mit Biss und Teach Me How To Overwatch. Oder ich so schlecht gespielt habe, dass ihr nett zu mir sein wollt und ihr nix sagt. Okay, egal. An der Stelle gucken wir einfach mal, wie es dieses Mal wird. Ich habe schon den Charakter ausgesucht. Wir beginnen wieder mit einem Spiel gegen die KI, wie beim letzten Mal. Und ich hoffe, dass ich den Charakter wählen kann. Und los geht's. Guck mal. Ankunft am Watchpoint. Sehr schön. Da ist der Charakter auch recht nett auf der Map. Vor allem, wenn noch ein Reinhard dabei ist. Ich nehme nämlich den Bastion. Nein, das will ich nicht. Wechseln. Bastion. So, jetzt hat. Bastion soll es heute sein. Defensiver Charakter. Wie gesagt, heute nehme ich auch wieder keine Rücksicht auf hier. Wenig offensive Helden, keine Tanks, keine Heiler. Das sollen sich die anderen ausklarbüstern. Ja, sieht gut aus. Schon mal aus. Das Gegnerteam ist bereit. Können wir noch weiter kriegen? Ja. Ihr seht doch, ne? Level 25 mittlerweile. Ich war fleißig. Hab mich so ein bisschen... ... mit meinen Freunden geübt hier. Ja, schon. Grüß Gott. Ja, klar. Ist alles klar. ... mit meinen Freunden geübt. Ja. 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 Das ist eine Piñata. Okay. Reaper. Einen Soldier 76. In 30 Sekunden. Und ein Lucio. Na, da sind sie doch alle schon schon mal. Wie sie alle warten, weggemäht zu werden. So. Bastion hat ja zwei Angriffs-Modi. Den Modus, in dem er sich bewegen kann. Und den Modus, der relativ stationär ist. Wo er eigentlich den meisten Schaden verteilt. Aber er ist halt nicht beweglich. Das heißt, ich brauche entweder einen Reinhardt vor mir. Oder einen guten Heiler hinter mir. Wo es jetzt aussieht, dass ich beides nicht habe. Aber gehen wir mal einfach. So. Einfach mal geben. Wir sind jetzt erstmal nur KI. Sehr schön. Na ja, ihr seht. Na ja, also. Wir spielen jetzt gerade noch gegen die KI. So. Jetzt habe ich nur leider keinen Reinhardt. Aber. Da bin ich gar nicht so böse. Ich komme jetzt gleich von links, so wie ich das kenne. Nee. Das klappt ja relativ gut. Jetzt bin ich hier alleine mit dem Schienen. Mach nix. Oh, das ist gleich ein Sonnen. Das ist wohl schon gewesen. Na. Sorry. Cool, danke. Ich mach das nicht absichtlich. Ich muss das doch gemacht. Das tut mir ganz so. Hallo. Gut. Ich mach das nicht. Ich mach das. Weißt du schon, bekommt eigentlich relativ wenig auf die Mütze gegen die K.I. ist mir so aufgefallen, was nichts heißen muss. Ich bin jetzt gerade eher mehr so der Abstauber, aber das muss ich jetzt. Ich finde es immer nett, wenn ein Soldier hier flucht, bei einer der wie die Karriere mit Reaper zusammen in die etwas frühere Aussprache haben. Schau mal, die stehen genau neben mir. Ich werde eigentlich relativ ignoriert. Das ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Tatsächlich sehr, sehr einfach. Du sitzt hier oben und bringst die Fracht voran. Du hast tatsächlich viel mehr Arbeit. Das ist eigentlich ziemlich easy, vom Gaming her. Macht auch schöne kurze Folgen gegen die K.I. Oh, jetzt hätte ich da eine Hiltchen. Wollt ihr die auch noch sehen? Ich denke schon, oder? Da braucht man doch einfach den nächsten Gegner stellen. Abdecken. Einfach abdecken. Wenn es doch dazu kommt. Gucken wir mal. Na? Das ist nämlich, ähm, jetzt wäre ich mobil. Also jetzt könnte ich mich sogar bewegen. Das ist so ein bisschen Bewegung. Also ich mach best schon recht gern. Das ist ein ziemlicher einfacher Linksklick-Charakter. Man muss natürlich auch ein bisschen ruhig. Also ganz ohne, ohne Muskeln geht's nicht. Bis jetzt mal, weiß ich nicht. Irgendwie hat's mir grad die Maus zerwickelt. Was denn? Was denn? Sorry Bastion. So. Also. Einfacher Sieg. Kein großer... Aufwand, ne? Gegen die K.I. Mittel Bastion. Kommt immer bequem durch. Na, schicke Skin. Das kann sich aussehen lassen. Das kann sich aussehen lassen. Das hat er schön gemacht. Ja, das kann sich aussehen lassen. Graz. Hat er schön gemacht. So, ein bisschen Punkte sammeln noch. Viele Punkte sind es immer nicht, ne? Also so um die 1000 IP könnte er sammeln. Aber das macht nix. So, Match verlassen. Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kann ich mal gucken, wie ich hier so gegen andere Spieler spiele. Landeanflug auf Numbani. Das ging unerwartet flott. Da kam ich gar nicht mit dem Trinken nach. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie für Helden. Ja, Bastion. Schnell sein. Das ist immer schade. Keine Tanks für Bastion immer so eher... Mittel. Ich darf übrigens mittlerweile Ranked spielen. Das werde ich immer eher privat machen, ne? Vielleicht spielen wir ein paar Ranked-Spiele und nehmen die auf. Und zeig die euch hier auch in der Playlist. Aber so... Ich glaube, da gibt's nicht viel zu sehen. Ich bin da einfach zu... Ungeschickt, was das Thema angeht. Also ich kapiere mittlerweile die Spielmechanik. Ich kenne mittlerweile die anderen Charaktere relativ gut. Also wie er was leisten kann und so. Ähm... Aber... Oh, der Schädel sieht aus, als er ist zum Essen vertragen. Guck mal. Ja. So... So. Guck mal, hier. Num-num. Num-num. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Kann man es kaputt machen? Ding-ding. 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 So. L-U-S geht's. Na? Ach, guck mal. Der möchte ich gerne wissen. Shit. Komm, ne. Komm, ne. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Arte. Beginnt. Schau dich. Ja, also wenn ich in der Safestone bin, nimmt's mir nix, ne. Alles da, hab's verstanden. Ja, das wusste ich noch nicht. Aber so könnte man wenigstens, ähm, Spawn-Camper außer Gefecht setzen. Noch jemand? Nehmen wir noch nichts für Frühstück heute? Ah, so. Das ist ja schmecken. Hallo. Du auch? Ja, möchtest du? Jeder bekommt. Das ist ja süßvoll. Das ist ja echt unzich. Das ist ja schön. Das ist super. so kann losgehen ich finde auch die selbstheilungskräfte das ist schon richtig geil ich darf da nicht hoch ich will raufen von mir kann sich niemand lernschnecken das feilen oh die Bandskasten sehr schön ouchi die sind natürlich nicht so dumm so das kapier ich nicht das kapier ich jetzt nicht ich hab ja gesehen wo warum erwische ich ihn nicht warum erwischt er mich und warum erwische warum erwische ich ihn nicht kein Alkohol schon um 8 Uhr in der Früh echt Armin lass das einfach sein so wir könnten jetzt einfach auch mal den Zielpunkt angreifen ja es ist eine super Idee dass sie mir den Rücken zugreißt ja egal Rhynaut down go go ja damit muss ich damit muss ich leben entschuldigung damit muss ich leben kommt's auf Rhynaut down das blöde ist der Start in oh Ulti Ring so bitte ja ich mach Bastian so gern er ist zu irrt putzig ja wir verlieren hier gerade ja wir verlieren hier gerade jetzt so gern Leute! Ja, sehr schön. So habe ich das gern. Ui, das war Knappo. Mach ich. Ja, wie viel hältst du denn aus, junge Frau? So, jetzt wird er panisch, ne? Das sieht man jetzt, jetzt wird er so. Das mache ich auch, Matur. Einfach panisch werden. Guck mal hier. Da sind sie alle. Da kommen sie alle. Sorry. Okay. Ich kann die Gegner nicht sehen. Ich würde gern... Oh. Macht da vorne nicht rum, Leute. Macht da vorne nicht rum. Ohne Scheiß. Lasst es einfach. Das werden zu viele. Das werden zu viele. Ja, aber einer heilt sich vielleicht wieder. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Ich habe sie auch gesehen, wo sie waren, ne? Das habe ich jetzt irgendwie mir selber verballert. Egal. So falsch kann man Besschen, glaube ich, nicht spielen. Wir müssen zusammenarbeiten. Immer die Scharfschützen zuerst. Immer die Scharfschützen zuerst. Und ein Ficker hier. So. Oh, ein Ficker. Entschuldigung. Und ich meinte natürlich. Fügler. Hättest du gern? Hättest du jetzt mich gern umgehauen? Beinert ist das zu deins gewesen jetzt. Hättest du jetzt gern gehabt. Guck,culpt. Hättest du paradigmass hist es kannst. Und der negativ gibt es ja meinen Kopf und erinnert es nicht zu zusehen. Hättest du glaubst. Bev St mentale nach per cent, ja. Aber du solltest mit dem Neingыш-計 traum добрый der Bewegung aus. Wieso hast du mich denn jetzt noch packen können, Alter? Wieso hast du mich denn jetzt noch packen können? Fickus. Na, schau mal. Ich darf die Ficker sagen auf YouTube, aber der heißt Fickus. Entschuldigung. Entschuldigung. Bitte. Sprechen Sie. Bums. Komm schon. Leider noch keine Ult. Das tut mir leid. Oh, der macht irgendeiner. Der macht irgendeiner Blödsinn. Der macht irgendeiner Blödsinn. Alter. Ja, das ist gut so. Hallo, Anna? Haben wir einen Lag oder was ist hier? Ja, ja. Sieg. Leute, der erste Sieg in dieser Playlist. Na? Also gegen die KI. Aber, hey. Läuft, oder? Also, naja, läuft. Lief gut. Ich würde da gerne dritten bleiben. Das zweite Match. Und so. Geht das? Äh, ja klar. Eliminierungen. Logisch. Gib hier. Komm. Ja, das ist ja süß von euch. Ja, das ist doch super. Ja, total. Tweet, tweet. Das ist voll süß. Guck mal. Hier. Hallo. Das ist doch mal. Also jetzt. Also jetzt mal. Jetzt sind wir im Ernst. Das war jetzt nicht schlecht. Also. Jetzt kommt's. Pass auf. Seid die andere Meinung. Dann schreibt's mir doch in die Kommentare. Ach, geht gleich weiter. Das ist immer so schön. Bleibt zu einer Gruppe, ne? Dann geht's eigentlich immer gleich weiter. So. Äh, hier. Bestchen, Bestchen, Bestchen. Oh, sehr gut. Danke, 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 danke. Oh, nee. Warte auf Spieler. Scheiße. Das heißt, ich kann immer noch Bestchen verlieren. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Ja. Ja. Das ist immer so. Für die Aufnahmen hier. Ich versuche halt immer. Den Charakter zu erwischen, den ich gerade aufnehme für das Let's Play. Oder für das Teach Me How To. Aber. Naja. Ich habe übrigens noch keine negativen Likes bekommen. für den, ähm, für den, für den Videotitel. Ähm. Es ist halt nur blöd. Teach Me How To. Damit spreche ich halt euch an. Ähm. Und nicht, ich bring euch bei, wie man den spielt. Beziehungsweise, ihr könnt mir natürlich auch zugucken. Und vielleicht durch meine Spielweise was lernen. Wobei ich das eher nicht denke. Ich bin da, ich bin da nicht so, wie sagt man, äh, ich habe da nicht so genug Selbstvertrauen. Zu welchem Preis. Oder Selbstbewusstsein. Selbstvertrauen. Dass ich sagen könnte, ja, also, das mache ich schon ganz gut so. Und da könnte man jetzt zugucken. Und dann habt ihr Spaß und so. Ich gehe noch mal eins runter. Weil wenn die nämlich hier streuen, dann haben wir ein Problem, da sind wir nämlich hier beide tot. Mach ich doch. Wo bist du denn? Na, komm. Nicht hier immer Spawncampen. Lasst sie einfach am Punkt kommen. Da müssen sie auch weiter rennen. Wir müssen nicht so weit rennen. Das hat doch alles keinen Sinn. Leute. Lass mal diese Spawncamperei einfach. Welchen haben wir denn jetzt im Team? Kein Heiler. Ja, selber Heiler. Die Gewize. Mach ich da oben? Ja, ne? Mach ich. Hallo, die V.A. Diebe. Na, kommen sie? Die wissen nicht, was ich spiele. Sie wissen nicht, was ihr wartet. Na, äh, so. Kommt da jetzt einer? Oh, die Diva zieht sich zurück, so als Tank. Das ist eine super Idee. Na, guck mal. Hehehe, selbst dumm nicht. Reaper. Mei. Immer schön halten. Immer schön halten. Immer schön halten. Werden wir. Fiftix. Ich hab hier diese... Ja, das... Was soll ich machen? Was soll ich machen hier? Wenn... Wenn meine Tracer... Ja, das ist eine Tracer, oder? Nee, das ist eine Sombra. Wenn meine Sombra der Tracer nicht einheizen kann. Mir den Rücken nicht decken kann. Dann kann ich nach vorne gar nichts machen. Dann kann ich nach vorne gar nichts machen. Ja, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Wo sind denn alle? Ein Schwab-Shooter, oder? Ah, der hat jetzt... Zu freis für das Schuss fällt. Was soll ich jetzt machen, ne? Was soll ich machen? Verteidigen ist immer kacke. Ich hasse verteidigen. Und dann immer die Laufwege. Das ist so... Äh... Mann. Ich will endlich hin. Ich will endlich ballern. Sorry, umstehe ich gut. Die hab ich gesehen. Die hab ich gesehen. Oh, scheiße. Ah, daneben. Jetzt tut mir leid. Jetzt schon wieder. Ah, jetzt hat's. So, ich hab jetzt... Wir können, ne? Wann hast du das gemacht? Für ne Anna? So, du wolltest mehr. Du wolltest mehr. Aber... Das ist schick. Boah, Leute. Jetzt sechs Minuten halten. Klappt sowas? Oh, 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 oh! Ja, fett. Die Ult versaut, eigentlich. Alter, dein Schild bringt dir nix. Komm. Ja, der Soldier ist gut. Der Soldier ist gut. Kann man nix sagen. Also, der spielt echt... Er bewegt sich viel. Er bewegt sich schnell. Wechselposition. Oh, macht der gut, macht der gut. Den hab ich mir jetzt verdient kassiert. Macht doch Sinn, ne? Links laufen. Wenn man rechts hin will. Ich wollte... Da ist wieder der Soldier. Das gibt's doch nicht. Leute, ich schlag die Hände über den Kopf zusammen. Oh, Gott. Die sind echt... So... Ja, genau. Guck mal. Der muss nur abräumen. Der muss nur abräumen. Ja, komm. Lass es einfach durch. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Da ist die Tracer wieder. Das war's. Das war's. Das war's noch nicht. Ein hin und her Geschubse hier. Wollen wir eine Gruppe wählen? Los, tick, los, tick, los, tick, los, tick. Ja. Er hat kein Grüppchen. Wer denn? Oh, mich hat's noch zu hagelt. Naja. Wieder er. Ja, das war jetzt sehr, sehr verdient. Macht nix. Ja, wir haben einen Sieg gegen die KI, einen Sieg gegen die Schnellsuche und eine Niederlage. Das ist doch ein nettes Summary. Also, Gucken wir uns die Reinhardt noch an. Geht so. Das war ein Highlight? Alter. Achso. Tut mir leid, wenn manchmal was fehlt. Hm. Da kommt vier Goldmedaillen. Hast du ja gut gemacht. Ähm. Wenn manchmal irgendwie in dem Startbildschirm oder beim Highlight Film hier irgendwas fehlt. Dann, äh. Tut's mir leid, weil dann rechnet mein Rechner zu langsam. Aber das ist ja nicht so schlimm. Gut, dann. Was ist das noch rechtzeitig? Ansonsten. Gucken wir mal. Ansonsten. Ansonsten. Ja, ist okay. So. Gucken wir mal. Wer kommt noch? Ha, Mei. Äh, Mercy. Mei, genau. Depp. Ähm. Jo. Hat wieder Spaß gemacht. Also, ich spiele dieses Spiel sehr gern. Overwatch macht mir mittlerweile richtig Spaß. Vor allem auch mit anderen Leuten zusammen. So aus der Freundesliste. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir bitte Kommentare da, wenn ihr sagt, oh Bastion, da könntest du dir noch mehr rausholen. Stell dich doch in der Map am besten dorthin. Oder wenn ihr die Fracht schiebt, stell dich nicht rauf, sondern versuche immer so nach und nach Positionen zu sichern und sowas. Ihr seid die Profis, nicht ich. Ähm. Deswegen. Freue ich mich über eure Kommentare, eure, äh, äh. Auch wenn es euch einfach gefällt, ne. Sagt mir einfach, wie euch das Format gefällt. Ähm. Mich beim Overwatch failend zu, mir beim Overwatch failend zuzusehen. Ah, ich kann ja nicht mehr sprechen. Es ist viel zu früh heute. Haha. Okay. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zugucken. Und, ja. Habt eine gute Zeit. Macht's gut, ne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.